Jochen Maß und Hans-Joachim Stubb Die KU5 Autos oder Spezialproduktionswagen sind einrassige Rennfahrzeuge, die von Tourenwagen oder GTs abstellen müssen. Sie sind aber technisch so weit verändert, dass sie nur noch äußerte Ähnlichkeiten mit dem Ursprungsmodell haben. Die bekanntesten Meisterschaften sind die Deutsch-Rennfahrt-Meisterschaft und die Wagen-Weltmeisterschaft. Die Wagen starken aber auch beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die teuersten Tourenwagen und GTs, stückbar erst zwischen 100.000 und 200.000 Mark, sind es, wie sich zu den ausgesprochenen Rennsport-Favoriten mausern. Sakspeed baut sie, Mampel finanziert sie und fortzieht im Hintergrund die Fäden. Die Mampel Sakspeed Escorts 1800 lassen fast jedes Erden zum Krimi werden. Mal sind die Escorts vorn, mal die BMWs. Die Leistung der Escorts ist in etwa gleich die eher der BMWs. Die Fäden in der Saugmotoren bringen ca. 280 bis 290 PS. Die Mampel Sakspeed Escorts Die Mampel Sakspeed Escorts Die Mampel Sakspeed Escorts Die Mampel Sakspeed Escorts Die Mampel Sakspeed Escorts